Entschuldigung, Sie sitzen im falschen Wagen. 23 Identitäten leben in Kevins Körper. Ist irgendetwas passiert? Wer ist das? Vielleicht kann sie uns helfen. Mein Name ist Hedwig. Hedwig, kannst du uns helfen? Ich habe ein Fenster in meinem Zimmer. Jetzt ist es zu, jetzt ist es auf. Dachtest du, das ist echt? Er hat schlimme Sachen mit Leuten gemacht und er macht schlimme Sachen mit euch. Split ete